Wenn man raucht, dann entstehen Wolken und dann regnet es. Das geht nicht. So Leute zusammen, nachdem das letzte Video an der Fasenacht richtig gut angekommen ist und die Fasenacht immer noch läuft, es ist nämlich der letzte oben, habe ich gedacht, mache ich einfach gerade einen zweiten Teil. Hinter der Kamera steht Mehmet, der unten in der Videobeschreibung an erster Stelle verlinkt ist. Und ich glaube, er würde sich sehr freuen, wenn ihr bei ihm auf Instagram vorbeischauen würdet. Ich mache euch darauf aufmerksam, dass ich auch Instagram, Twitter, Facebook und so weiter und so fort habe. Und auch Snapchat, alles ist unten verlinkt. Und los geht's. Wie sind wir, wie sind wir so drauf? Wie ist die Fasenacht bis jetzt für euch? Ja, nein, man kann schon sagen, ich habe nicht verstanden. Wie ist die Fasenacht bis jetzt für euch? Schon geil und so, aber... Aber? Kritisch. Warum kritisch? Zu viel trinken? Ist es kurz vor dem Hause gekommen? Nein, nein, nein. Aber bitte nicht in meiner Nähe. Nein, 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 jetzt ist es noch nicht so weit. Ist noch Luft nach oben? Noch ganz, ganz weit auf, Alter. Ich sage es dir. Hattet ihr schon mal eine Schlägerei an der Fasenacht? Ja, du bist sicher, klar. Vor der Schlägerei? Ja. Erzähl mal, wie ist das gegangen? Ich habe nicht mehr gedacht, ich bin jetzt am Bruder gesehen, Mann. Wird du aber wieder schlägern? Immer wieder. Was ist mit deinem Gesicht, also mit deinen Zehen basierend? Wird ganz kombo. Als ich sechs gewesen bin, ist meine Schwester halb so alt wie ich. Jetzt bin ich 19. Wie alt ist sie? Ähm... Niene und halb. Ähm, Moment mal. Halb so alt. Hä? Die Hälfte von 19. Nein. Doch, ich habe gesagt halb so alt. Ich bin jetzt 19. Wie alt ist sie? Drei. Paris. Gegen? Barca. Wo gespielt? Ja. Was tippst du? 400 Paris, Alter. In Barcelona. I see see Paris! Ich bin auch YouTuber. Zu viert. Check it up. KLFJ. Zu viele Videos. Wir sind einfach scheisse wegen dem. Wie hoch schätzen du ist der höchste Berg von der Schweiz? Ja. Ich frage mich. 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 MREF 53 ERZ. Ohne Zeichen oder so. Einfach MREF 53. Ritwan Thuregun 98. Ist gut. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. 1, 2, 3. Gabi Mano. Gib mir zu wenigen. Hey, macht das nochmal bitte. Nochmal. 1, 2, 3. Gabi Mano. Gabi Mano. Bitte gib mir zu wenigen. Alles. Läuft nicht so. Letzten Versuch. 1, 2, 3. Gabi Mano. Gib mir zu wenigen. Ich glaube die Message ist angekommen. Könnt ihr mir Bundesrat nennen? Wie heisst der? Jürgen Müller oder so? Es gibt ja immer viele Leute aus anderen Kantonen, speziell aus Zürich und Luzern, die sagen, dass ihre Fasnacht bzw. ihr sexy Leute besser ist als unsere. Was kannst du ihnen mitteilen? Liebe Luzern, ihr geht nach Hause und schlafen. Danke. Liebe Zürcher, ihr könnt denken, was ihr wollt, aber unsere Basler-Fasnacht ist die beste. Sie sind sehr arrogante eigentlich. Zürcher? Ja. Wie hast du das schon gemerkt? Ja, ich bin selber dort. Ja, das war schon öfters. Und dann... Keine Ahnung. Sie laufen ein paar rein. Und dann gehen sie selber mega oft durch. Liebe Zürcher, Basel ist die beste Stadt. Ihr gönnt uns nicht das Wasser reichen. Ganz klar. Also Zürcher, wenn ihr echte Fasnacht wollt, kommen wir nach Basel. Also ich habe überhaupt kein Problem mit dem. Ich habe ganz gute Freunde aus Zürich. Und ich finde es immer wieder toll, wenn sie zu uns an Basel kommen. Ich habe hier zwei Kollegen mitgenommen. Das dürfen jetzt nicht die Leute sagen, aber der eine ist ein Zürcher. Au! Du hast ein Zürcher an das Basler-Fasnacht mitgenommen? Ja, aber der ist integriert. Der wohnt ja seit seiner Geburt hier. Der Hauptort vom Kanton Uri. Was ist Uri? Uri Nieder oder was? Uri ist ein Kanton. Ich habe keine Ahnung. Welche Kantone finden Sie mit S an? Sion. Warum heisst es Matohorn, Matohorn? Weil es in Mathe ist. Trunken bist du bis jetzt noch nichts? Wirst du hier gekifft? Nein. Nein. Nein, ich kiffe. So ein bisschen? Nein. Ganz ein bisschen? Nein, nein, nein. Ein Zug? Nein. Ein Zügel? Von nebenbei? Nein. Man sagt immer, die Fasnachtler, die haben schon ein bisschen eine Sitze. Die haben schon etwas getrunken. Was habt ihr schon getrunken? Gar nichts. Nur Eistee. Wasser. Wasser. Also, ihr seid so in dem Fall die Ausnahme, die die Regel bestätigt? Äh, hat nichts mehr damit zu tun. Wir sind einfach zu spät gegangen und fertig. Ich denke, ein, zwei Bier ist sicher ok, aber ich nüge immer, dass ich die Haustüre noch finde. Wir sammeln Süßigkeiten und so. Und Alkohol? Nein, nein, wir sind noch nicht 18. Ah, wir sind noch nicht 18. Und das bedeutet, dass ihr auch nichts trinkt? Ja. Was habt ihr schon alles gekifft? Ich habe noch nie gekifft. Wirklich? Gar nie? Ich rauche nicht einmal. Ich auch nicht eigentlich. Wenn man raucht, dann entstehen Wolken und dann regnet es. Das geht nicht. Wenn man raucht, dann entstehen Wolken und dann regnet es. Das geht nicht. Umso dummer, umso mehr kommt das Video. Oder? Also meine Cousinen und Cousins in Türkei. Die denken immer scheisse Geld. Ich schwör's euch. Die denken, wir nehmen das von einem Baum. Das ist nicht ernst gemeint. Das ist vollkommen ernst gemeint. Was ist das Schlimmste, was euch bis jetzt an der Fasnacht passiert ist? Faschschlägerei kam. Warum? Ja, weil er... Weil er zu mir gesagt hat, schuft sie. Und der Mann dann auf den Stress angefangen hat. Und dann haben das mit Wüsten geregelt? Wie? Haben das mit Wüsten geregelt? Oder mit Worten? Nein, nein, mit Wörtern. Was ist das denn? Scheisse, nein! Aaaaah! Nein! 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 Scheisse, Mann! Nein! Aaaaah! Das dürfte nicht wahr sein! So, machen wir das zu Basel! Fuck! Dankeschön, mein Freund! Dankeschön! So ist Basel! Das ist Basel! Ich glaub im Fall, dass ich's gseh für heute.